Sein Leben lang war er geblendet. So viel Zeit auf dem Gerüst verschwendet. Jetzt ist Schluss damit. Es gilt zu handeln. Nämlich Träume in Reales zu verwandeln. Doch wie schafft er das? Ganz ohne Geld. Mit seinem Kind raus in die See. Das findet er schon raus, der neue Held. Und so beginnt sie nun. Die Odyssee von Ringo. Der ist eine große Herausforderung. Der ist eine große Herausforderung. Der ist eine große Herausforderung. Mit der Schöne drauf. Auf die Leber! Fest, fest, fest! Wo ist Quarta Petro? Man hat nur einen Kopf. Mein Vater im Himmel hat zu mir gesagt, man hat nur einen Kopf. Schütze den.